Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Schäfchen. Das ist immer noch das beste Spiel aller Zeiten, wahrscheinlich. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich spiele heute und an meiner Seite ist unterstützend Martin Luther. Hallo. Also, wir fangen direkt mal an mit einem Gespräch. Wir wollen ja jetzt auf den Todesberg. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Mhm. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Dann lies mal folgendes. Ich bin nämlich auf Befehl von Prinzessin Zelda höchstpersönlich hier. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Hm. Na gut. Dies ist Link. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda Ha, was ist das denn für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Hahaha. Was auch immer. Dem fehlt echt der Respekt. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Bereits geschehen? Der kann offensichtlich auch nicht sehen. Der blinde Wächter. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Ich habe den Schild schon. Besonders teuer wahrscheinlich. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann laufe ruhig weiter. Danke. Ach, immer noch nicht. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zur Zeit jeder. Na dann. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Meine Arbeit. Oh, ich bin so wichtig. Oh, es ist manchmal so anstrengend. Ja. Wie dem auch sei. Wir holen uns jetzt erstmal Stauraum für unser Einkaufsgeld. Genau. So ein Held, der braucht auch eine Heldenbörse. Da muss ja das ganze Loot reinpassen. Auf jeden Fall. Das ganze Klimper-Loot. So, hier waren wir glaube ich noch nicht drin. Was ist denn hier? Skultullas Haus. Mal gucken. Tötet es mit Feuer. Oh Gott. Was ist denn mit dem passiert? Eine Wehr-Skultuller. Der scheint mir nichts zu tun. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skultullas lastet. Aber du hast 14 Skultullas zerstört. Da lässt nun langsam die Wirkung des Fluches nach. Hm. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skultullas wie möglich vernichtet. Ende ich dann auch so wie du? Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns. Wir zählen auf dich. Oh Mann. Wo ist denn... Ah. Auch so ein Running-Gag der Serie. Die Leute, die zu Reichtum kommen, sind immer verflucht. Ja. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Ja. Herr damit. Ja. Der schaut gruselig, ehrlich gesagt. Wie der Sohn vom Maskenhändler. Die große Börse. Jetzt kannst du eine größere Geldbörse... Was? Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Ja. Ja. Jetzt ist die Zahl unten noch nicht mehr grün. Das heißt, es ist Raum für mehr. Dann schauen wir uns doch mal diesen ominösen Maskenladen in Hyrule Stadt an, würde ich sagen. So, in dieser Folge werden wir noch ein paar Mal viele Laufwege absolvieren. Mhm. Bevor es endlich auf den Todesberg geht. Das werde ich aber ein bisschen zusammenschneiden. So, da sind wir. Oh nein. Wie ihr sehen könnt, ist das... Äh... Ist das Tor... Oben. Aber wir haben ja Gwyndolins Segen, also... Ab dafür. Nicht mehr bange warten auf die Morgenröte. Though shall not perish in the twilight of Hyrule. Ja, ich bin ein Nerd. Wer hätte es gedacht. Ich bin zutiefst verwundert. Das Gebäude vom Maskenladen hat man schon öfter gesehen, beim Vorbeigehen. Es hat dieses luminöse weiße Ding obendrauf. Das aussieht wie so ein Zahn. Und vorher war aber niemand da, außer ein Typ, der einem sagt, da, hier ist noch nicht offen. Und jetzt ist er da, der Maskenhändler. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Äh... Wärst nicht auch du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Äh... Vertrau mir. Nein. Schnell weg. Das Lustige ist ja, äh... Die Entwickler des Spiels haben gemeint, der Maskenhändler sei Shigeru Miyamoto nachempfunden. Also, so scheint der zu sein, wenn man Mist gebaut hat, schätze ich. Und zu einem nach Hause kommt, um den Teetisch umzuschmeißen? Ja. Das ist eine Redewendung, die nach Miyamoto, äh... Oder die durch Miyamoto entstanden ist. Das könnt ihr gerne mal nachsehen. In diesem komischen Internet... ...kenn ich mich nicht aus mit sowas. Ich lad ja nur YouTube-Videos hoch. So, jetzt sind wir hier. Lustige Reaktionen darauf, wenn man Leute mit Masken anspricht und später, wenn wir dann Zugang auch zu allen Masken haben und zu vielen verschiedenen Gebieten, wird da bestimmt mal auch ein Zusammenschnitt folgen. Ich glaube, die Bauarbeiter erschrecken sich nur, wenn man die mit einer Maske anspricht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das darfst du aber nicht mich so erschrecken! Ah! Na dann, wenn das für dich... ...wenn das für dich schon erschreckend ist, der heißt offensichtlich Kalb. Ich täusche deine Ohnmacht vor! Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zur Zeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... ...würdest du sie mir verkaufen? Er hat uns ja nur losgeschickt, also nein. Schade. Doch ich gebe nicht auf. Ich habe sehr viel Geduld. Sonst würde ich hier auch nicht den ganzen Tag herumstehen. Und um seinen Standpunkt zu bekräftigen, macht er das Tor einfach wieder zu, der sagt. Ich glaube, das nennt man Erpressung. Hm, wir sollten mal Zelda sagen, was hier abgeht. Aber könnt ihr den Brief auch nicht nochmal zeigen? Die Maske belegt dir jetzt dieses Feld? Hm. Äh. Das war ein Versehen. Ich schwöre es. Du kannst doch nicht wie Bathos Leuten in den Schritt schießen, Mensch. Würdest du sie mir verkaufen? Na gut. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund, Kumpel. Bin nicht dein Kumpel, Alter. Ich bin nicht dein Alter, mein Freund. Der Weg ist wieder frei. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Ja, so funktioniert das System. Nehmen wir das mal auf uns. Ja, man leiht die, also muss noch nichts bezahlen, verkauft die weiter und dann hat man sie ja nicht mehr, kann sie nicht zurückgeben und muss halt dem Maskenhändler den Preis geben für die, für den er sie verkaufen würde in seinem Laden. Und wenn du gut bist, oder wenn es gut läuft, besser gesagt, man hat ja nicht so viel Einfluss drauf, kriegt man mehr Rubine raus. Wenn nicht, das werden wir noch sehen. Hoffentlich nicht. Wer echt extrem schlecht ist, wenn du nicht genug Geld hast, um es ihm zu geben, dann wird der so Maturas Mask Niveau gruselig. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wie das dann aussieht. Du weißt es doch. Ja, aber ich finde es deswegen nicht minder gruselig. Du hast es verdrängt, ja. Ich bin verdrängt, Erinnerung, Emily. Was hast du dir da nur angelacht für deinen Kanal, ne? Ja, perfekt. Also die Anspielungen, wir hören gar nicht mehr auf. So muss das. Das ist ja eine Quest mit mehreren Stufen mit den Masken. Wir werden in diesem Video noch nicht alle Stufen absolvieren. Das lohnt sich auch gar nicht, weil am Ende sollte man möglichst viel Platz in seiner Geldbörse haben. Was sie verkauft? Fantastisch. Dann zahlen wir nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten. Schädelmaske. Eine gehörende Totenschädelmaske. Die Beschreibung könnte einen jetzt ein bisschen irreführen, wer diese Maske eigentlich haben will. Ja. Könnte denken, der Junge auf dem Friedhof möchte sich fühlen wie ein böses Monster. Aber es geht um jemand anderen. Und man kann noch an einem bestimmten Ort ganz andere Dinge mit der Maske anstellen. Das sehen wir gleich. Dann jetzt auf in die verlorenen Wälder, ne? Ja. Hier sind wir wieder zurück in der Heimat. Die Musik ist so beschwingt wie eh und je, aber es sieht schon sehr trostlos aus jetzt, wo der Dekobaum gestorben ist. So eine diesige Luft. Hm. So ein bisschen sumpfig irgendwie, ne? Ja. So, bevor wir hier reingehen, rüste ich mal eben kurz den Dekoschild aus. Ja. Wir hatten ja schon gesagt. Mit dem großen kann man keine Geschosse reflektieren. Und ich sollte auch die Maske auf See legen. Tendenziell, ja. Wir wollen nun zu einer ganz bestimmten Lichtung. Mhm. Woher man wissen soll, dass es die gibt. Ich weiß es nicht, aber es gibt sie. Lösungsbücher. Zwei erzählen links. Genau. Hier kümmern wir uns jetzt erstmal um den netten Herrn. Den Halsabschneider. Wegelagerer. Vergib mir. Ja. Darf ich dir Dekonüsse anbieten? Link hat schon Nüsse. Im Gegensatz zu dir. Ja. Ups. Dann verschwinde ich besser. Ja. So, den anderen mache ich auch mal eben weg. Er dich da belästigt. So, dass der da nicht mehr auf mich schießt. So, ein paar Käferchen hättest du gerne. Wir alle wissen, was zu tun ist. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Ah, unten am Rand hat man gesehen, wie er reingekrabbelt ist. Ein Stück weggehen. Gleich kommt die Ninja Skulptula rausgesprungen. Oder auch nicht. Nee. Manchmal hat es schon ein Aussetzer. Manchmal gräbt sich keiner ein. Ja, das kann passieren. Das hatten wir beim Übungsdurchgang vorhin auch schon mal. Ja, er hat sich schon eingegraben. Aber manchmal, vielleicht wenn man den wieder einfängt, zu einer ungünstigen Zeit, dass dann irgendwie das nicht richtig abläuft. Ah. Sehr gut. So. Und hier ist noch was versteckt. Und zwar, wo diese Schmetterlinge sind, befindet sich eine Höhle. Drinkforce. Mit der Lyra. Ah, ja. Skyward Sword. Ja. Was steht denn hier auf dem Schild? Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Probieren wir es mit Links-Rattengesicht oder doch mit einer Maske? Sein Rattengesicht. Er hat doch kein Rattengesicht. Sein Gesicht ist viel zu hübsch. Aha. Oh. No. Na, kommen wir gut an. Oh. Sehr gut. Oh. Zu gut. Meine Güte. Oh. Ach, ich finde die putzig. Wie so Pigment. Nur etwas größer. Oh. Oh. Weg. Weg von mir. Was ist denn jetzt? Meine Brüder und ich sind uns einig. Du siehst genauso aus wie unser heiliger Totem. Nimm diese Dekostäbe als Zeichen unserer Ehrfurcht. Zudem werden wir dafür sorgen, dass du nun mehr tragen kannst. Hubrobbel. Kadobbel. Katza warrobbel. Na dann. Das sieht falsch aus. Ja, aber schön, wenn die Spaß hatten. Ist doch gut. Und Link kann nun das Maximum an Dekostäben mit sich rumschleppen. 30 Stück. Ja. Jetzt müsst ihr die mit so einem Seil zusammenbinden. Das ganze Bündel aus 30 Dekostäben. Und das wäre die mächtigste Waffe in der Zellergeschichte. Und damit könnte ja noch alles abbrennen. Ja. Das kommt ja noch. Früh genug. Mit dem neuesten Teil. Schon seltsam, wenn man bedenkt, bis das Let's Pray durchgelaufen ist, ist höchstwahrscheinlich dann Breath of the Wild schon erschienen. Hoffen wir es. Also wenn zwischendurch mal ein paar Wochen Sender stille sind, könnte es daran liegen. Uh, der Scoia-Tel wieder. Hey, du da unter der Maske. Bist du nicht der junge Kokiri? Mehr oder weniger. Eine tolle Maske hast du da. Echt spitze. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du mir die Maske? Ja. Ja, warum nicht? Nein, das ist ein Ausrufezeichen. Ja. Toll. Ich werde sie immer tragen. Boah. Ja, mit seinen grünen Augen. Das passt. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Zum Glück haben wir trotzdem genug Rubine für den Maskenhändler. Ja. Dass wir keine Albträume kriegen. Den Verlust musst du aus eigener Tasche bezahlen. Nintendo-Spiele. Sie wollen einen immer erziehen. Sie wollen einem immer was beibringen. Wie, dass die Style-Children nur kommen, wenn man den Weg verlässt in der Nacht. Wie in jedem guten Horrorfilm. Grünkäppchen. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Jetzt buddeln sie sich rein. Ah. Kurz dachte ich, sie fällt jetzt runter. Und die nächste goldene Skutula. Das wäre dann jetzt fürs erste auch alles. War ja auch genug. Also zwei Skutulas. Was wir hier zu tun hatten. Ja. Degostäbe. Und eine Maske verkauft. Holla die Waldfee. Dann holen wir uns mal die dritte Maske im Bunde. Die kennen wir sogar schon. Oh, großartig. Du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Bezahlung erhalten. Geistermaske. Eine traurig blickende Holzmaske. Eine Menge Leute kannst du damit erschrecken. Ah. Das klingt doch nach einem Fall für den Jungen auf dem Friedhof. Aber zuerst sollten wir mal an die Mission denken. Oder? Und den Todesberg besteigen. Exakt. Wir kommen schon früh genug auf den Friedhof zurück. Ich roste mal eben anstatt der Käfer was anderes aus, damit ich sie nicht aus Versehen frei lasse. Na, wir müssen die dressieren, so als Kampfkäfer, die unsere Feinde bei lebendigem Leibe aufzählen. Ich glaube, das sind keine Skarabänen, oder? Keine Skarabänen aus der Wüstenburg? Nein. Doch, doch, das kommt noch. Wir setzen ja später welche auch mal in der Wüste aus und dann Schnitt tausende Jahre später beißt es einen anderen Link in den Hintern. So spielt das Leben. Die Hühner sind offensichtlich schon wieder ausgebüxt. Die arme, blöde Frau. Ungeschickt vielleicht eher. Aber ihr fällt hier eine sehr kluge Lösung ein später. Ja. Man kann ja auch wiederhelfen für ein bisschen Klimpergeld. Das ist aber unter der Würde eines Helden. Mhm, für seinen Sohn. Er trägt sie immer noch selbst. Ja. Ganz abgesehen davon, dass wir spekuliert haben, dass seine Frau in dem Haus dort wohnt und sein Sohn dann der sein müsste, der auf dem Friedhof rumläuft. Der will also eine ganz andere Maske. Es sind schon Tage vergangen und sein Sohn hat die Maske immer noch nicht. Ja. Er wird sie auch nicht mehr kriegen. Willkommen auf dem Gebirgspfad, liebe Schäfchen. In den Bergen des Wahnsinns. Das sind Tektites auf Englisch. Den deutschen Namen merke ich mir immer nicht. Was sagst du denn da? Arachno. Ah. Oh Mann ey, dieser Stick, der bleibt immer an der Decke hängen. Also an der Bettdecke, nicht an der Zimmerdecke. Ja, wir müssten mich wissen, er ist eine Riese. Oh. 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 Vielleicht passiert mir das gleich nicht so viel im Dungeon, das wäre echt ärgerlich. Da haben wir auch den Eingang zum Dungeon. Aber der große Fels nervt natürlich etwas. Da ist ein kleiner Fels. Was ist denn das? Er lebt. Meine Güte. Ich bin ein Gorone. Wir sind Steinfresser und leben auf dem Todesberg. Siehst du den riesigen Fels dort drüben? Nein. Er versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Goronen sehr wichtig. Denn dort lagert unsere Nahrung. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither war die Höhle für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Über dem Eingang der Höhle sah ich einen Gerudo in schwarzer Rüstung, der den Fels mit magischer Kraft vor den Eingang platzierte. Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg. Es ist gar nicht mehr weit bis dorthin. Wer dieser Gerudo in schwarzer Rüstung wohl war? Sehr, sehr mysteriös. Vielleicht der schwarze Ritter aus Monty Python. Die Ritter der Kokosnuss. Der ist auch gefährlich. Und da ist der Eingang zur Stadt. Die hat auch Tore, aber die schwingen glaube ich nie zu. Die Stadt hat Tore? Seit wann? Da waren doch diese Holzfähle links und rechts. Oder meinst du, das ist nur zur Abstützung von dem Eingang? Ich glaube nicht, dass das Tore sind. Ich dachte, das sind so Tore, die so zuschwingen können. Aha. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so trage. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Dabei sind wir gerohlen Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Wie gern würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Kratzen sie auch mal ständig, während sie mit einem reden. In der Mitte hat man auch schon, wo die Seile hinführen, ein Podest gesehen. Dort stand mal der heilige Stein. Und daneben ist auch ein Gerone, der es schade findet, dass der nicht mehr da ist. Er wollte doch nur ein ganz kleines Stückchen abbeißen davon. Mhm. Da hat der Anführer mitgedacht. Darunja hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, Ich werde hier auf den Booten der Königsfamilie warten. Na dann, unser Einsatz. Ja. Da war ja was. Nachdem wir schon Unsinn damit angestellt haben, endlich mal das Lied so benutzen, wie man es sollte. Ah, und das sieht da aus wie ein Anführer mit epischem Bart. Etwas größer. Was? Wer bist du? Äh. Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunja, der Führer der Geronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Oh, nett. Ich kann es nicht glauben. Ich gehe zurück ins Schloss und sage dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Ey, Link hat eine Fee, der ist ein richtiger Mann. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Ja. Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei. Dies ist Sache der Geronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, der müsste sich mal ein bisschen entspannen. Ja, der muss mal ein bisschen alles rauslassen, was sich so aufstaut im Inneren. Oh, Navi tanzt mit. Ja. Link bringt sich in Sicherheit. Ja. Oh. Wow. Das fetzt. Ja, ja, ja. Ein heißer Takt. Das fetzt. Lass uns tanzen. Yeah. Jahu. Mario lässt grüßen. Wow. Tolle Melodie. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Wir haben es gemerkt. Ich bin Jimmy Junior. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Geronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers. Der heilige Stein des Feuers, auch als Geronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühen soll der heilige Stein sein. Nicht auch ein paar, Orens. Wenn du mich schon engagierst als Monsterjäger. Können wir hier einen Hexerkontrakt machen? Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Geronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen heben. Das Corona-Band. Wir können Donnerblumen pflücken. Yay. Äh. So. Würdest du nicht noch ein bisschen Brand schatzen? Ach genau, Brandstiftung, ja. Schon mal ein Vorgeschmack auf die Heiligenheat? Die in sieben Jahren über Hyrule kommt. Ein bisschen später. Warum ein bisschen später? Ja, ich dachte eher an Breath of the Wild. Ja, ich weiß doch. Nicht an Poster-Boiling. Ich wollte es auf Ocarina of Time ziehen. So, was immer Link gerade genommen hat, sollst du es vielleicht lassen. So, hier oben sind noch mal zwei Fackeln. Da fackeln wir nicht lange. Nein, ich werde mich nicht entschuldigen. Für diesen Spruch. Äh. Hast du mal Feuer? Ah, die Melodie kennen wir doch. Ja. Schnell weg. Der Gorone, der hier vor dem Durchgang steht, erzählt einem übrigens auch, dass die Goronen diese Melodie hier aus dem Wald sehr mögen. Das ist auch ein Hinweis auf das Rätsel. Genau. Wenn man durch diese Öffnung geht, kommt man bei dem Steinportal in den verlorenen Wäldern raus. Wer so erst bei Darunya war und dann merkt irgendwie, ja, ich brauche Zayas Lied wahrscheinlich oder möchte man eben die Sachen in den verlorenen Wäldern erledigen vorher in der Episode. Das kann man auch mit dieser Abkürzung machen. Haben wir in dem Fall nicht, weil wir ja noch die dritte Maske auch holen wollten. Für später. Warst du dir zu fein, den Goronen-Händler noch aus seinem Gefängnis zu befreien? Das mache ich später. Der hat sich eingemauert, warum auch immer. Der Gorone, der da runterrollt, versucht eine Donnerblume zu dem Felsen zu transportieren, ne? Ja. Aber einfach mal eine hier rüber zu schmeißen, da scheint keiner drauf gekommen zu sein. Ne. Oh, über die Bande. Sehr gut. Wir sehen da auch schon ein Herzteil verführerisch blitzen. Ja, vom Spiel ist vermutlich gedacht, dass man das später holt, über andere Mittel und Wege, aber R zeigt mal die L-Variante. Ein doppelter Beinbruch später und wir haben ein Herzteil. Wunderbar. Und da ist nochmal ein Erdfleck. Es guter Zeit. Peanutbutter-Skutula-Time. So. Händert das auch? Ungezieferproblem beseitigt und nun ist alles bereit für Dodongos Höhle. Was mag uns erwarten in diesen Tiefen? Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Seid gespannt. Es wartet ein schöner Dungeon auf euch, wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen. Klein und fein und heiß. Feurig. Explosiv. Tödlich. Schlagworte. Dann, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe und Martin Luther wahrscheinlich auch, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit von der Partie seid, wenn es heißt Let's Pray the Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Ja. Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem Anseln. Das ist alles in der Vergangenheit. Ich bin immer noch zu ändern. Ich bin immer im Verkaufsdaten. Ich habe meine Stands gewechselt. Ich einfach nur in das Zolle. Ich einfach nur in das Zolle. Ich bin dann zum nächsten Mal. Du fragst, ich bin aufhörter. Ich bin mal im Räumen. Son of a bitch, I'm dancing Man leiht die, also muss noch nichts bezahlen, verkauft die weiter und dann hat man sie ja nicht mehr, kann sie nicht zurückgeben und muss halt den Maskenhändler den Preis geben für die, für den er sie verkaufen würde in seinem Laden und wenn du gut bist, oder wenn es gut läuft, besser gesagt, man hat ja nicht so viel Einfluss drauf kriegt man mehr Rubine raus Sehen Sie? Klar ist klar, oder? Also laden Sie hochneute Masks aus dem Depp-Store und landen Sie hoß Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Bis zum nächsten Mal.